Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer wirklich interessanten Ankündigung, denn ich habe zwei richtig coole Sachen euch zu verkünden. Erstens, heute Abend am Mittwoch, den 27.05.2020, findet ein weiterer Bewertungs-Livestream statt für den Redstone-Stern. Das wird später der Todesstern aus Star Wars, den wir hier in der Redstone-World bauen möchten. Und wir bewerten aktuell Plots, die ihr letztes Jahr gebaut habt, die in diesen Stern mit reingehen. Und das bewerten nicht nur wir, also im Sinne von meine Wenigkeit und die Mods, sondern mit dabei ist als VIP-Gast RGB-Pixel. Und ihr natürlich, liebe Zuschauer, denn auch ihr spielt bei der Bewertung eine wichtige Rolle. Auch ihr vergebt Punkte. Mehr dazu heute Abend im Livestream, ab 19 Uhr live auf Twitch. Wenn ihr es vergessen habt, den Stream zu sehen, no problem. Ihr könnt ihn nachgucken. Meine Streams auf Twitch bleiben gespeichert. Ihr geht einfach auf meinen Twitch-Kanal. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann klickt ihr oben auf Videos und dort findet ihr die hochgeladenen Streams. Aber Leute, ich habe etwas richtig krasses für euch. Und zwar ausrufe seinen Hype. Mal so richtig. Janus und ich sind gerade am Planen eines ganz besonderen Themenbereichs hier im Rotsteinpark. Wir werden diesen Themenbereich außerhalb des Parks bauen. Und zwar in diesem Gelände, was wir jetzt gerade hier sehen. Das hier wird das Gelände. Wir werden dieses Gelände komplett abholzen. Und es wird auch nur einen Zugang zu diesem Themenbereich geben, eben weil er auch außerhalb des Parks liegt. Aber das soll ein Themenbereich für sich alleine sein. Es soll ein neuer Themenbereich sein. Attraktionen werden unter anderem sein. Eine neue Bahn. Eine Art Achterbahn, Actionbahn, Adventurebahn. Es soll ein 5D-Kino reinkommen. Ein Escape Room soll reinkommen. Es sollen Minigames mit reinkommen. Ein brandneuer Themenbereich. Und wir wollen den Spoiler mal ein bisschen umdrehen. Bis jetzt ist es ja immer so, dass wir Dinge spoilern im Livestream, die wir bereits schon aufgenommen haben. Weil wir ein bisschen Timeshifting haben. Ihr habt gesagt, das nervt. Und wir wollen das ganze Ding jetzt mal wenden. Wir wollen das mal genau umdrehen. Wir spoilern euch morgen im Livestream etwas, was es noch gar nicht gibt. Wir werden mit euch zusammen morgen in dem Livestream die Grundlage legen. Morgen ist, by the way, der 28.05. gemeint. Also Donnerstagabend ab 19 Uhr. Auf Janus bei YouTube und auf TheJoCraft Live auf Twitch. Also seid unbedingt dabei. Wir werden zusammen dieses neue Themengebiet planen. Das heißt, es skizzieren, vorbauen. Wir werden euch mit in die Diskussion einladen. Ihr könnt Sachen vorschlagen, wie wir das ganze Ding gestalten. Thema Ritterburg. Thema Castle. Wir wollen eine Art Castle-Theme bauen. Es soll vielleicht auch noch ein Freefall-Tower eingebaut werden. All das soll in dieses Themengebiet, was hier vorne entstehen soll, einfließen. Und wir brauchen natürlich eure Unterstützung dazu. Wir werden dann hier irgendwie einen Übergang machen, das Themengebiet. Das wird komplett eingezäunt werden. Und soll so ein bisschen aus dem Natursteinpark rausbrechen, hier aus dem Rotsteinpark. Also, deshalb bloß nicht verpassen. Und nach dem Stream morgen werden wir eine dicke, fette, schwarze Wand ziehen. Oder werden allgemein diesen Bereich nicht mehr betreten. Und ab dann seid ihr quasi informiert über das, was passiert. Und mehr werdet ihr dann auch nicht sehen. Alles Zukünftige passiert dann auf YouTube. Während wir dann in den Livestreams zu Projekten gehen, die wir bereits dann auf YouTube gebaut haben. Aufgeregt, aufgeregt, aufgeregt. Ausrufen sollten Hype lieben. Ich freue mich auf euch heute Abend und morgen. Macht's gut, bis bald und ciao Leute.